Ja, hallo nochmal, es ist doch noch nicht ganz zu Ende, wie zu erwarten, ich war neugierig und wollte wissen, was hat denn die zweite wichtige Entscheidung für eine Auswirkung und Gott sei Dank kann man da schnell hinspringen und wer es also wissen möchte, der schaut jetzt weiter, wer es nicht wissen möchte, der hält jetzt einfach das Video an und macht es zu, wir werden jetzt also kurz nochmal reinspringen und eine andere Entscheidung treffen und zwar die folgende Max, es ist Zeit Max, ich werde immer mit dir sein, ich werde immer mit dir sein, ich werde immer mit dir jetzt erzählen raus los Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020